Was hast du über das Internet? Über das Internet. Also ich wusste im Vorfeld, dass ich bereits einen Kieferaufbau brauche. Und durch einen Umzug bedingt war es so, dass ich mich neu orientieren musste, nach einem neuen Arzt und überhaupt nach einer Klinik. Und somit habe ich dann angefangen, im Internet zu recherchieren. Wie nimmt man das? Man ist das schwierig heutzutage. Von daher habe ich es dann hier im Internet gefunden. Habe dann viele Rezessionen gelesen und auch viele Videos natürlich, klar. Alles was zur Verfügung stand. Habe telefoniert mit der Enterprise, also in Deutschland mit dem Kundenservice. Habe mir dann die Mappen zuschicken lassen. Habe das alles durchstudiert. Und habe dann wirklich den Entschluss gefasst, ja im Urlaub und dann könnte das alles funktionieren. So mei ich das. Ich selbst kam mir vor wie in einem Bienenstock. So kann man sich das vorstellen. Weil man kommt hier rein, man ist wie gesagt in seiner eigenen Welt und alles läuft so strukturiert. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es wird kommuniziert, eben wie so ein Bienenstock. Es wird ganz viel kommuniziert. Es ist eine Freundlichkeit, ein Vertrauen, das an den Tag gelegt wird. Eine Seriosität und dann auch die Technik. Es gibt so vieles zu sagen im Grunde genommen. Das ist so beeindruckend, weil das alles auf kleinstem Raum ist im Grunde. Es ist so geballt und ich kann da kaum Worte finden. Das ist toll. Also ich finde das echt toll, weil auf neuestem Stand wird man hier vollkommen aufgeklärt, in jeden anderen Termin mit reingezogen. Es geht so Hand in Hand. Es ist unglaublich. Ach, die sind schön. Ich habe diesen Tag so entgegengesehen, dass hier alles fertig ist und das ist so toll. Das ist wirklich so toll. Das ist kaum zu beschreiben, weil man hat so über ein Jahr doch dann ein paar Entbehrungen gehabt und das geht noch nicht so richtig und das geht noch nicht so richtig. Und auf einmal geht alles. Es ist fertig, es sieht toll aus, es ist genauso wie man es haben möchte. Und man ist rundum zufrieden. Das ist so schön. Es ist fest, es fühlt sich gut an. Es ist ja auch toll. Von der Farbe bis zum Siss, es ist schön. Es ist wirklich wunderschön und so habe ich mir das vorgestellt. Nicht so gut. Ja. Ich dachte. Vielen Dank.